hallo meine lieben es freut mich dass ihr wieder dabei seid bei etwas abgekühlten temperaturen aber die nächste hitzewelle steht uns ja schon wieder bevor und ich möchte ich habe zwar für euch eine super neue buchvorstellung also das buch ist etwas älter ist wieder ein goldschatz aber vorher möchte ich noch über etwas kurz sprechen mit euch und zwar hat mich gestern eine sehr sehr niederschmetternde botschaft erreicht und zwar geht es um eine junge dame die heißt emilia und wohnt in stauffenberg ist die nachbarin meines bruders und seiner frau seines hundes und seiner tochter also meiner nichte und die kleine emilia geht noch nicht mal zur schule und bei ihr wurde jetzt krebs diagnostiziert das heißt sie ist jetzt im krankenhaus und wie gesagt ich kenne dieses mädchen habe ein zwei worte schon mit ihr gewechselt und ja das war wirklich für mich eine sehr sehr schlimme sache und nimmt mich immer noch sehr mit und macht mich sehr nachdenklich es gibt auch in zeitungen mittlerweile berichte ich habe euch mal einen der berichte unten verlinkt und ja die schwester hat jetzt eine spendenaktion gestartet das eben weil die arme emilia natürlich eine chemotherapie braucht denn das ist ein sehr bösartiger tumor der unten wohl am steißbein sitzt hat die schwester von der mutter also quasi die tante von emilia hat eine spendenaktion gestartet damit die mutter bei emilia bleiben kann eben für dieses halbe jahr die sie jetzt in oder das jetzt in therapie ist und ja da sind schon einige spenden eingegangen das fand ich auch schon tierisch cool ich habe selber natürlich auch einen kleineren betrag gespendet das war jetzt sarkastisch gemeint das war schon etwas mehr und ja wer mag es ist nie genug vielleicht kann man das geld dann auch noch verwenden um irgendwo auf alternative behandlungsmethoden auch ein bisschen auszuweichen oder das eben begleitend zu machen und vielleicht auch emilia so ein bisschen die motivation zu halten denn wie ich gehört habe mag sie einfach auch selber gar nicht mehr einfach mit mit den leuten reden und sie möchte nun ruhe gelassen werden möchte nicht mehr essen nicht mehr trinken und möchte nicht immer mama und papa gerade sehen weil es ihr einfach nur schlecht geht und vielleicht kann man eben dann auch ein teil von dem geld dazu benutzen um eben emilia so ein bisschen wenigsten versuchen ein lächeln aufs gesicht zu zaubern und ja das ist etwas dass ich tierisch unterstütze und deswegen möchte ich das ansprechen hier wie gesagt der link unten zu dem bericht in der video beschreibung dann und dort gibt es eben dann auch einen link zu mann über den man dann eben spenden kann und wenn vielleicht jemand ein oder zwei euro übrig hat von euch und da spenden könnte wäre ich euch tierisch dankbar und auch für emilia natürlich ja es wäre einfach auch schön wieder so ein bisschen wenn ich meinen bruder besuche und meine nichte und seine frau und sein hund wenn ich dann wieder dass das trappeln von emilia oben hören könnte oder sie auch mal draußen im garten treffen würde und ihr beim schaukeln wieder mal ein bisschen anschwung geben könnte es würde mich einfach tierisch freuen ja die mutter hat übrigens auch auf instagram ein tagebuch falls jemand von euch instagram hat und da gerne mal verfolgen möchte wie das läuft ja ich werde einfach hier einblenden wie der kanal auf instagram heißt der mutter und wenn ihr da einfach über diese funktion eingeben findet die die auf jeden fall bei mir habe ich habe es war kinderleicht das dann zu finden und wie gesagt dort kann man eben den lauf der dinge verfolgen wie es emilia geht und anhand von fotos was sie eben durchmachen muss und was ich so gesehen habe und von dem mädchen so dass ich draußen gesehen habe das ist ja sie ist eine ein schatten ihrer selbst aber hält wohl ziemlich tapfer durch und ja das wäre eigentlich schon so ziemlich alles was ich zu dem thema zu sagen habe es ist natürlich grauenvoll weil es immer wieder solche geschichten gibt und es immer wieder gerade auch kinder gibt die davon betroffen sind das finde ich tierisch grausam jetzt in meinem alter ist es natürlich auch nicht schön wenn man krebs bekommt oder so oder auch wenn ältere leute es bekommen aber das ist noch ein bisschen was anderes ich meine das mädchen wie ich schon erwähnt habe geht noch nicht mal zur schule und ja ich finde es einfach grausam ich finde es tierisch grausam vom schicksal wenn man so will ja ein buch habe ich ja auch gesagt es fällt mir jetzt so ein bisschen schwer dann umzuschalten aber ich gebe mir sehr viel mühe dabei und ich denke mal ich krieg das auch irgendwie hin ich habe ein bisschen wieder in meiner schatzkiste gewühlt wie anfangs schon erwähnte habe dann ein buch gefunden das auf jeden fall auch emilia gefallen würde denke ich und zwar heißt dieses buch eine woche voller samstage habt ihr vielleicht schon mal gehört es gibt ja auch zig verfilmungen es gibt auch stücke der augsburger puppenkiste es gibt auch theaterstücke davon es gibt natürlich unter sams geschrieben und erfunden von paul mahr 1973 im oettinger verlag erschienen also ist wirklich schon ein alter schatzelter natürlich als ich und wahrscheinlich auch einige von euch und ja es geht um den guten herrn taschenbier herr taschenbier wohnt zur untermiete bei einer sehr netten dame also so ein richtiger besen wie man so schön sagt die wirklich ihn mit allem bevormundet und immer diktiert was er tun soll und so weiter und so fort also er muss sich da wirklich ganz ruhig verhalten damit er keinen ärger bekommt von ihr und es immer sehr korrekt sein und er selber ist sein sehr ängstlicher und schüchterner mensch und deswegen möchte er dir auch nicht reinreden naja eines tages macht er einen spaziergang und sieht eine gruppe von menschen die sich versammelt haben sonst wäre das natürlich keine gruppe und er geht der sache auf den grund und in der mitte sitzt ein seltsames kind er kann sich das nicht erklären mit rundem gesicht rotem haare roten sommersprossen im gesicht und einer schwein schnauze ähnlichen nase und ja alle fragen natürlich wer bist du und wollen herausfinden was es für ein kind ist und woher es kommt und das kind ist sehr ja nicht gerade auf den mund gefallen und sehr frech sogar in seiner art und weise und irgendwann kombiniert hat haschen wir dann und überlegt moment am montag kam sein guter freund her mohn und besuchte ihn am dienstag hatte er dienst wie immer also nichts außergewöhnliches am mittwoch war mit mitte der woche es ist ja auch jede woche so ja am donnerstag zog dann ein gewitter auf und es donnerte kräftig am freitag hatte er frei da hat sein chef ja war sehr gnädig am sonntag zuvor habe ich natürlich vergessen erschien dann auch die sonne wie das auch so am sonntag sein soll und ja dann kombiniert er ganz schlau und kommt dann darauf und sagt dann dann musst du ein sams sein tja und der sams freut sich und jubelt und springt ihm in die arme und alle es sind ganz erstaunt und dann sagt das sams ja mein papa der ist ein ganz schlauer mensch und ja da sind da natürlich alle groß denn sie sind der meinung wenn wenn es natürlich der papa ist dann hätte er auch viel früher mit der sprache rausrücken können ja und so hat er das sams nun an der backe und das stellt sein leben ganz schön auf den kopf ja allein durch seine wie gesagt sehr vorlaute freche lebensfrohe art und weise sie holt es ihnen so ein bisschen aus dem schneckenhaus heraus und wie gesagt tanzt auch der der haushälterin beziehungsweise der haushälterin der vermieterin so ein bisschen auf der nase herum mit und ja irgendwann erfährt dann herr taschenbier dass die punkte die sommersprossen im gesicht des sams wunschpunkte sind das heißt er kann sich immer etwas wünschen dann verschwindet so ein punkt und der wunsch geht in erfüllung und das ist natürlich eine feine sache andererseits hat er auch damit so seine probleme denn manchmal wünscht er sich einfach sachen so im affekt die er dann eigentlich nicht so gemeint hat wenn man zum beispiel sagt ich wünschte mir du wärst oder ich wünschte mir ich wäre jetzt sonst wo oder so naja und ja damit hat er halt ebenso seine probleme denn diese wünsche gehen dann in erfüllung ja und wie gesagt das stellt sein leben komplett auf den kopf und manchmal deutet das sams eben auch die wünsche etwas falsch und legt die etwas falsch aus so das ist ja immer auge des betrachters liegt das ja so und ja wie gesagt ein absolut tolles unterhaltsames buch ein wunder eine wunderschöne geschichte ist es auch wie gesagt ist ja etwas dicker und es sind auch ein paar illustronen illustrationen mit drin wie das samstern eben zur schule geht und so weiter und so fort und absolut unterhaltsam definitiv ist für jedes kind was und ich ich lese natürlich nur vor aber ich finde das selber auch immer noch sehr unterhaltsam einfach auch weil man ebenso ein bisschen auch in seine eigene kindheit zurückversetzt wird kann ich euch also guten herzens empfehlen wenn ihr das buch noch nicht kennt ist auf jeden fall pflicht lektüre kann man auch als teenager noch lesen falls die frage denn mal wieder da ist ja das wäre es dann auch eigentlich soweit wie gesagt das buch verlinke ich natürlich auch wieder in der beschreibung und wir sehen uns dann schon bald wieder ich freue mich ganz besonders darauf ich hoffe auch mittlerweile dass diejenigen die von euch hier bei 35 grad zum teil in ihrem zimmer saßen auch wenn sie direkt am wald wohnen was auch schon krass ist natürlich oder bei dieser hits auch noch arbeiten müssen dass die das ich ja es klingt vielleicht komisch aber dass die das überlebt haben weil es ist ja echt eine zumutung ich arbeite zum glück nur nachts aber dann tagsüber schlafen ist eben dementsprechend auch nicht leicht und gerade wenn es dann nachts kalt ist da hat man das bedürfnis eigentlich zu schlafen muss aber wach bleiben naja so ist das gut wie gesagt wir sehen uns dann demnächst wieder ich freue mich natürlich auf euch ich freue mich auch dass ihr heute dabei war wir lösen ja auch dass das gewinnspiel in der kommenden woche auf müsste der vierte schon sein ja tatsächlich und da bin ich auch schon gespannt wer das gewinnt eure antworten finde ich auf jeden fall schon mittlerweile sehr gut als ob ihr euch abgesprochen hättet ok machen wir es jetzt kurz und schmerzlos bis nächste woche macht's gut meine lieben ciao